Die Sinus-Milieus sind ein Gesellschaftsmodell. Es fasst Menschen in Gruppen Gleichgesinnter zusammen, die sich hinsichtlich ihrer sozialen Lage und vor allem ihrer Werte und Lebensstile stark ähneln. Das erste Sinus-Milieumodell wurde vom Sinus-Institut bereits Ende der 1970er Jahre entwickelt. Das erste Milieumodell für Österreich wurde 2001 veröffentlicht. Integral passt es seither regelmäßig an die gesellschaftlichen Veränderungen an. Die Sinus-Milieus zählen im deutschsprachigen Raum zu den bedeutendsten Ansätzen der Zielgruppenforschung. In Österreich lassen sich derzeit zehn Milieus unterscheiden. Je höher eine Gruppe in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener ihre Stellung in der Gesellschaft. Je weiter rechts, desto moderner ist ihre Grundorientierung. So gibt es verschiedene Milieus, wie die konservativ etablierten. Das ist die alte strukturkonservative Elite, die sich als Fels in der Brandung der Zeitläufe sieht. Die nostalgisch-bürgerlichen, das ist die systemkritische ehemalige Mitte oder das hedonistische Milieu. Das ist die momentbezogene erlebenshungrige untere Mitte. Mit den Sinus-Milieus kann man in die Lebenswelten der Menschen regelrecht eintauchen. Sie beschreiben nicht nur die offensichtlichen, sondern vor allem auch die feinen Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Menschen können zum Beispiel gleich alt sein, die gleichen Bildungsabschlüsse haben und gleich viel verdienen, aber dennoch einen anderen Lebensstil pflegen und sehr unterschiedliche Werte vertreten. Ein Beispiel. Das sind Issy und Marlene. Beide sind 36 Jahre alt, haben Marketing studiert und wohnen in einer Großstadt, aber dennoch leben und denken sie unterschiedlich. Issy gehört zum kosmopolitisch-individualistischen Milieu. Das ist die individualistische Lifestyle-Avantgarde. Die kosmopolitisch-individualistischen verstehen sich als postmoderne Lifestyle-Elite auf der Suche nach neuen Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen. Ihr Leitmotiv lautet Weiterkommen statt Ankommen. Entsprechend streben sie nach individueller Selbstverwirklichung. Marlene hingegen gehört zum progressiv-realistischen Milieu. Diese Gruppe versteht sich als Treiber gesellschaftlicher Veränderungen und bildet Synthesen aus Verantwortungsbewusstsein, Wunsch nach Selbstverwirklichung, Party und Protest. Ihr Slogan ist, wir müssen umdenken. Es gibt solche Sinus-Milieumodelle nicht nur für Österreich, Deutschland und die Schweiz, sondern mittlerweile für über 50 Länder. Meist ist dabei zu sehen, dass Menschen aus verschiedenen Ländern, aber vergleichbaren Milieus, mehr miteinander verbindet als mit dem Rest ihrer Landsleute. Zudem haben Sinus- und Integralmodelle entwickelt, die Teilgruppen der Bevölkerung beschreiben, zum Beispiel Jugendliche oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Diese Forschungen sind in zahlreichen Publikationen dokumentiert. Der Milieuansatz ist in vielen Unternehmen sowie gemeinnützigen und öffentlichen Institutionen ein wichtiges Instrument für die Zielgruppenstrategie. Denn nur wer weiß, was Menschen bewegt, wird sie auch bewegen können. Beispielsweise helfen Milieuanalysen dabei, genau zu verstehen, mit welchen Themen, in welcher Tonalität und über welche Kanäle Zielgruppen am besten erreicht werden können, online wie offline. Außerdem lassen sich auf der Milieulandkarte Marken, Produkte und Konzepte strategisch platzieren und Wachstumspotenziale aufzeigen. Mehr zu den breit gefächerten Anwendungsmöglichkeiten und Benefits der Sinus-Milieus und angrenzende Leistungen erfahren Sie auf unserer Webseite oder in einem persönlichen Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.